Herzlich Willkommen an dem neuen Video auf meinem Kanal, ich zeige euch heute hier alle 5 Sterne Skiller Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, sehr sehr gerne einen Daumen hoch geben, gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr neu seid und in Zukunft nichts mehr mit Trading Tipps verpassen wollt Freunde, ihr könnt auch gerne reinschreiben, was ihr in Zukunft noch sehen wollt, Starter Teams habe ich auf jeden Fall geplant, Trading Tipps werden sowieso kommen, ihr könnt natürlich reinschreiben, was ihr sonst noch sehen wollt, ich kann auch zum Beispiel mal ein FAQ machen, wenn ihr auf sowas Bock habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben Freunde, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video, wünsche ich euch viel Spaß, ab geht's. So Freunde, noch kurze Werbung für meinen Partner Eneba, ihr seht wieder PSN Karten sehr sehr günstig aktuell im Angebot, ihr zahlt für eine 100er PSN ungefähr nur 86 Euro, gebt meinen Code Alex96 ein, bekommt ihr noch 3%, wie gesagt hier gebt ihr einfach meinen Rabattcode Alex96 ein, gehen wir mal schnell ein, Alex96 Freunde und dann anwenden, dann kriegt ihr nochmal 2,60 Euro Rabatt, wie gesagt 3%, wer Bock drauf hat, gönnt euch und dann würde ich sagen, gehen wir ins Video rein, ab geht's. So Freunde, da gehen wir natürlich rein, die Silberspieler werde ich jetzt nicht jeden drauf eingehen, natürlich Megidi kennt man noch zum Beispiel, der war damals sehr sehr krass als Goldkarte oder auch Maxim kennt man noch, weil der sehr sehr lange in der Bundesliga war, aber der Rest von den Silberspielern werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Fangen wir nämlich bei den Goldspielern an, Freunde, haben wir hier den Moreno, als 10er denke ich für Anfang sehr interessant, 89 Pace, Schuss okay, passend in Ordnung, ein Triplewert ist sehr gut, also für einen 10er am Anfang wird nicht viel kosten, 5 Sterne Skills, wer das feiert, kann das auf jeden Fall machen. Hier haben wir noch Boulasi, mittlerweile auch nicht mehr der schnellste, aber vielleicht für ein Starterteam auf jeden Fall nicht uninteressant. Hernani mit 91 Pace, auf jeden Fall sehr sehr guter Flügelspieler, sieht auf jeden Fall nice aus, genauso wie er hier, er hier wird nicht viel kosten, weil er halt in der Liga spielt, die uninteressant ist, argentinische Liga, werden jetzt nicht so viele am Anfang spielen, deswegen wird die Karte wahrscheinlich Richtung Abschlusspreis gehen, kann natürlich sein, dass er auch 2.000 oder so kostet, aber der wird jetzt nicht 10.000 oder so kosten. Harit auch, naja, leider unspielbar meiner Meinung nach, wird man nicht zocken, Piatti auch nicht durch den Pace, das ist auch uninteressant. Hier kommen wir zum ersten Leckerbissen, El Charabi, sieht auf jeden Fall nice aus, hat jetzt auch nicht die höchste Bewertung mit 79, dadurch könnte er sehr sehr günstig sein, sieht auf jeden Fall nice aus, Weakfoot ist noch nicht klar, was er bekommt, also, aber die Karte sieht schon sehr sehr gut aus, muss man auf jeden Fall sagen, kann man auf jeden Fall gut zocken. Ja, Freunde, und den hier, den Gelsen Martins, den werden wir sehr sehr oft als Gegenspieler haben, weil viele werden natürlich Benjetta am Anfang spielen und werden den natürlich mit diesem Martins hier linken, 94 Pace ist ja klar, dass man den nutzt, um einen Benjetta mit einem grünen Link zu geben, das ist klar, dass die Leute den spielen und auf der anderen Seite könnten die Leute hier mit Maxi Moore kommen, der auch sehr sehr gut aussieht, sieht sogar noch mal ein bisschen besser aus wie der Martins mit einem Triple Wert, sieht gut aus, hat halt gar kein Defending, aber das ist völlig egal. Gehen wir weiter hier zum Bernhard Deschi, der sehr sehr gut aussieht für einen 10er, hat zwar einen Downgrade um 3 bekommen, aber sieht okay aus, gut spielbar auf die 10, geht da auf jeden Fall klar, für den Anfang geht da auf jeden Fall ab. Neres sieht auch relativ solide aus, für den Anfang könnte der auch relativ gut sein, 86 Pace, relativ restlichen Werte sind ausgeglichen, Nani auch, ja, sein Zenit ist auch vorüber, sehen wir hier bei der Karte auch wieder. Vinicius, sehr sehr geile Karte, sieht sehr sehr geil aus, 95 Pace, sehr sehr gute Werte, La Liga könnte dieses Jahr sehr sehr interessant sein, vielleicht baue ich mir am Anfang auch ein La Liga Team, ich weiß ja noch nicht, was ich bauen werde, wollte ja ein Full Bayern Team bauen, hat EA mir versaut, dass ich das bauen kann. So, jetzt kommen wir noch zu zwei sehr sehr ähnlichen Karten, Shaqiri und Marlos, sind beides RM Spieler, wir sehen hier, ja, beides zu langsam, aber beides nicht so schlechte Spieler, wenn ihr die vielleicht als 10er spielt, sind die beiden, glaube ich, gar nicht so schlecht, Freunde, dann könnt ihr die beiden schon gut zocken, geht, glaube ich, klar. Dann gehen wir zu der ersten Seite und natürlich zu den Karten, die wir sehen wollen, die interessanteren Karten. So, da geht's los mit dem guten Franck Ribéry, Freunde, der wird wahrscheinlich 50 Ausdauer haben, dadurch wird der unspielbar sein, aber natürlich sieht der nice aus, von den Werten her gar nicht so schlecht, aber halt, die Ausdauer wird den komplett kaputt machen, der sieht natürlich geil aus, aber ja, wie gesagt, vielleicht, wenn man 20, 30 Minuten hinten liegt, den einwechselt als 10er, kann man den zocken, anders, da würde ich ihn nicht zocken, Cuadado sieht nice aus als Rechtsverteidiger, ja, ob man da die 5-Sterne-Skills braucht, traglich, Salvio, auch der wird nicht viel kosten, am Anfang, ja, braucht man nicht die Liga hier, argentinische Liga, außer die haben natürlich einen Rechtsverteidiger, der kommt mit 95 Pace, dann würden natürlich die RMs Argentiniens interessant sein, das ist ja schon der zweite, der hier drin ist, Joa Felix, 1-2-1, dieselbe Karte wie letztes Jahr, Freunde, Promes, sehr, sehr geile Karte, dieses Jahr 10er, wird 5-Sterne, 4-Sterne wahrscheinlich bekommen, gehe ich mal von aus, ist hier noch nicht erfasst, sieht sehr, sehr nice aus, nächste Karte, Marcelo, auch eher seinem Zenit hinüber, Zlatan könnte interessant sein, wenn Kopfbälle interessant sind, könnte Zlatan eine sehr, sehr starke Karte auf jeden Fall werden. So, Coutinho hier auch, dickes Down-Pack gekriegt, ja, meiner Meinung nach auch unspielbar, schaut euch Oedegaard und schaut euch Coutinho an, ich denke, viele würden sich für Oedegaard entscheiden, Coutinho wahrscheinlich nur noch reines SPC-Material, am Anfang wird der natürlich trotzdem ein bisschen was kosten, aber, ja, ich würde zum Beispiel eher ein Oedegaard spielen, Saha interessant natürlich hier mit, wird wahrscheinlich nur 3 Sterne Weakfurt haben leider, aber trotzdem interessant für den Flügel, 9-2-Space ordentlich, Ousmane Dembélé, 5-5-4, der wir wahrscheinlich bekommen, 2-9-Space, sieht immer noch sehr, sehr gut aus, obwohl er fast nicht spielt, aber, ja, EA haben sie nicht so auch gedowncreated, aber die Karte sieht auf jeden Fall gut aus, wird auch teuer sein, mit Mon-D, den grünen Link ist klar, Douglas Costa, ja, bei dem ist halt jedes Jahr das Problem, der Abschluss, der 60er Abschluss auf dem Flügel für am Anfang, sehr, sehr gut, aber dann nach einer Zeit muss man ihn austauschen, weil zum Schluss darf man ihn nicht kommen lassen, das ist das Problem, die Pay auch, nice Karte, wird wahrscheinlich noch zu Barcelona wechseln, sieht sehr, sehr gut aus, genauso wie Rashford, Rashford feiere ich immer am Anfang sehr, da das Player-Model wie Ronaldo hat zudem, hat er dieses Jahr die 4 Sterne Weakfurt bekommen, sehr, sehr geile Karte, also Rashford kann man am Anfang überlegen zu zocken, ist natürlich teuer, Maches, auch er sieht ordentlich aus, würde ich allerdings auf die 10 stellen, weil 83 Pace für Außen wäre mir zu langsam, Thiago, leider unspielbar, Freunde, ja, 50 Antritt hat er nur bekommen, zudem 3 Sterne Weakfurt, ja, leider nicht spielbar, genauso wie Cier, auch nicht spielbar mit 2 Sterne Weakfurt, das würde ich einfach nicht spielen, Werte sind ordentlich, aber ja, dadurch wird der Preis auch nicht so hoch sein. Nächste ist der gute Paule Pogba, ja, der hat auch einen Downcrate bekommen, aber immer noch ein Panzer mit 5,4, sieht ordentlich aus, genauso wie Firmino sieht auch ordentlich aus, würde ich sogar, glaube ich, eher Firmino spielen wie Pogba, weil, ja, fast die gleichen Werte so, bis auf das Firmino ein bisschen schneller ist, ein bisschen Dribbel mehr hat, ja, Pogba hat Defending und Physis einiges mehr, aber das war's auch. Nächste Karte ist der gute Sancho, ja, leider EA seine Karte komplett zerstört, 3 Sterne Weakfurt müsste auch meiner Meinung nach 4 haben, aber, ja, schade, die Karte leider nicht spielbar, für den Beginn vielleicht als Zehner, aber, ja, ich würde den nicht zocken. Die Maria, auch durch seine 2 Sterne Weakfurt leider unspielbar, die letzten 3 sind natürlich die 3 Granaten, Mbappé sieht wie immer heftig aus, sehr, sehr geile Karte, Neymar 5,5, auch der natürlich ein lecker Bissen, und vorne ganz, natürlich, ganz klar, der Boss Cristiano, schade, dass er einen Downcrate bekommen hat, aber ich denke, die Karte wird immer noch die beste Goldkarte für dieses Jahr sein, weil das Ding wird sein, die Kopfwelle werden wahrscheinlich wieder gut gehen, und da wird Ronaldo der Boss sein, der das regelt, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Video, wenn ihr Fragen oder so habt, schreibt das gerne rein, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.